Herzlich willkommen zur Vorstellung des Studiengangs Wirtschaftsingenieur Verkehr, Transport und Logistik an der Fachhochschule Erfurt. Mein Name ist Cordula Boden. Ich vertrete Informations- und Kommunikationsanwendungen in der Lehre und neue Medien und ich bin für diesen Studiengang die Studiengangsleitung und Studienfachberatung. Sie erreichen mich per Mail unter boden.fh-erfurt.de. Ja, und leider nicht wie sonst immer zum Hochschulinformationstag live, sondern diesmal nur per vertonter PowerPoint. Die Fachhochschule Erfurt, für die Sie sich interessieren, in ein paar kurzen Zahlen, Daten, Fakten. Gegründet wurde sie 1991. Die Zahl der Studierenden sind 4100, Professuren haben wir 120, wissenschaftliche Mitarbeitenden circa 90, nicht wissenschaftliche 220 und Studienanfänger, Anfängerinnen von etwa 1000 im Jahr. Die Fachhochschule Erfurt hat verschiedene Fakultäten. Da sind die angewandten Sozialwissenschaften, Architektur und Stadtplanung, Bauingenieurwesen und Konservierung, Restaurierung, die Gebäudetechnik und Informatik, die Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst und als sechste Fakultät die Wirtschaft, Logistik, Verkehr, für die Sie sich hier interessieren und wo der Studiengang Verkehrstransportwesen angesiedelt ist. Wie ist die Struktur unserer Fakultät? Wirtschaft, Logistik, Verkehr sagt es. Wir haben also einen Bereich Wirtschaftswissenschaften und einen zweiten Verkehrs- und Transportwesen. So sind wir erstmal grob aufgeteilt, arbeiten aber in diesen Bereichen intensiv zusammen. Die Studiengänge, die wir in unserer Fakultät anbieten, sind zum einen drei Bachelorstudiengänge, Business Administration, schwerpunktmäßig Fachrichtung W, die das durchführt und Eisenbahnwesen sowie Verkehr, Transport und Logistik, Fachrichtung T. Darüber hinaus gibt es weiterführend dann Masterstudiengänge, zwei in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, Business Management, Finance und Accounting und drei in der Fachrichtung T, also Verkehrs- und Transportwesen, Materialfluss und Logistik, Verkehr und Transport und europäische Bahnsysteme. Für welche Branchen und Tätigkeiten bilden wir aus? Sind zum einen Verkehrs- und Planungsunternehmen, in denen unsere Absolventen arbeiten, Logistikunternehmen, aber auch als fast zwei Drittel unserer Studierenden in Produktionsunternehmen, in der innerbetrieblichen Logistik oder in der Prozessoptimierung. Als Vorbereitung für das Studium benötigen Sie ein Vorpraktikum, normalerweise zwölf Wochen, aber dieses Jahr sind es nur sechs Wochen. Dieses Vorpraktikum kann auch noch in der nächsten Semesterpause, also endgültig bis zum Ende des zweiten Semesters erfüllt werden. Darüber hinaus sollten Sie prüfen, ob es Anerkennungsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie also eine berufliche Ausbildung vorher gemacht haben oder frühere Tätigkeiten hatten, ist dies möglich. Dann bieten wir an, als Vorbereitung für das Studium, einen Vorkurs Mathematik und Physik. Mathematik eine Woche, Physik ebenfalls eine Woche und das findet in der Regel unmittelbar vor Semesterbeginn. Statt die Termine bekommen Sie nach der Immatrikulation in Ihrem Begrüßungsschreiben mitgeteilt und Sie werden auch auf unserer Webseite eingestellt, die ich Ihnen nachher noch zeige. Auch während des Studiums verlassen Sie die Hochschule, um sich draußen umzuschauen. Zum einen ist in einem Studienplan ein Minimum von vier Exkursionstagen vorgesehen. Die Exkursionen finden im Sommersemester statt. Es gibt bei uns in der Regel längere Exkursionen zu ferneren Zielen im In- und Ausland, aber auch Exkursionen, um Firmen vor Ort kennenzulernen. Und die Fachhochschule hat seit einigen Jahren eine interdisziplinäre Projektwoche, meistens in der Woche vor Weihnachten, wo Sie auch mit Studierenden aus anderen Studiengängen gemeinsame Projekte bearbeiten. Der Aufbau des Studiums. Es beginnt mit einem ersten und zweiten Semester, das ist das Grundstudium. Da haben Sie keine Wahlmöglichkeiten, das sind alles Pflichtfächter. Danach im dritten und vierten Semester ist das Hauptstudium. Hier haben Sie schon die Möglichkeit, auch zwischen Fächern zu wählen. Im fünften Semester, das ist unser Praxissemester, machen Sie ein Praktikum in einem Unternehmen Ihrer Wahl und mit dem Ziel, über ein Thema aus diesem Unternehmen dann Ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Bisher laufen alle unsere Bachelorarbeit in Praxisunternehmen und wir unterstützen Sie da auch bei den Kontakten. Im sechsten Semester erfolgt dann das Abschlusskolloquium für die Bachelorarbeit und es werden Vertiefungsfächer angeboten, mit denen Sie also Ihre berufliche Perspektive weiter untermauern können. Und die Studienangebote, die wir haben, sind gemeinsame Fächer zwischen diesen beiden Richtungen, die hier unten dargestellt sind. Also zum einen Logistik, innerbetriebliche Logistik und Verkehrsthemen, Gestaltung von Verkehrssystemen und weiteres mehr. So erstmal der grobe Aufbau des Studiums. Es handelt sich also um einen sechssemestrigen Bachelor. Hier sehen Sie einmal, welche Fächer dort angeboten werden, der Modulplan. Also im ersten Semester haben wir Grundlagenprojektmanagement, Mathematik, Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, Einführung in die Verkehrs- und Transporttechnologien, Grundlagenverkehr, Grundlageninformatik, allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Im zweiten Semester dann das Modul Mathematik, erstreckt sich über zwei Semester, ebenso wie Projektmanagement, Darstellungstechniken. Und dann gibt es das Modul Technische Mechanik, Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Grundlagenverkehrs- und Transportrecht, Finanzwesen- und Unternehmensrechnung. Im dritten Semester gibt es drei Pflichtfächer, Dynamik, Fahrdynamik, die Einführung in den Güterverkehr, Materialflusslogistik und Einführung Personenverkehr, Mobilität. Darüber hinaus können Sie zwei weitere Fächer oder müssen Sie zwei weitere Fächer wählen aus unserem Wahlpflichtangebot. Also da stehen sechs Fächer zur Verfügung. SAP, ERP-Systeme, globale Logistik, Infrastruktur, Planung und Bau, Nachrichtentechnik im Verkehr, Optimierungs- und Planungsmethoden. Im vierten Semester sind die drei Pflichtfächer Transportwirtschaft, externes Rechnungswesen, Unternehmenssteuern, Verkehrsträger, Straße und Schiene. Und auch hier wählen Sie wieder zwei Fächer aus sechs Wahlpflichtangeboten aus. Also da stehen zur Verfügung Raumordnung und Regionalentwicklung, Grundlagenfördertechnik und Materialfluss, öffentlicher Personennahverkehr, Optimierung in der Logistik, Softwareentwicklung und Einsatz und Verkehrstelematik. Das fünfte Semester, wie gesagt, ist dann das Praxissemester. Hier machen Sie 14 Wochen Praktikum und haben danach zehn Wochen Zeit, Ihre Bachelorarbeit zu erstellen. Im sechsten Semester gibt es ein Pflichtfach, das ist unser Projekt. Dazu sage ich gleich noch etwas und als Pflichtmodul strategische und operative Unternehmensplanung. Darüber hinaus wählen Sie drei weitere Fächer aus dem Angebot der Fachrichtung oder das freie Wahlmodul aus dem gesamten Angebot der Hochschule aus. Für die zwei Wahlpflichtfächer, die Sie aus dem Bereich der Fachrichtung T wählen müssen, stehen zur Verfügung. Spezielle BWL im Verkehrswesen, Grundlagensimulation, EDV im Verkehrs- und Transportwesen, intermodale Transportketten, Qualitätsmanagement in der Logistik, Supply Chain Management, Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung, Verkehr und Umwelt oder Fremdsprache, Englisch, wirtschaftlich oder technisch. Aber die Hochschule hat ein Sprachenzentrum und bietet auch weitere Sprachen an. Das Projekt findet unter Betreuung von uns statt, aber in Praxisbetrieben. So haben wir das bisher immer umgesetzt. Das heißt, es geht um praktische Probleme, Aufgabenstellungen aus Betrieben, die Sie im Team mit anderen Studierenden, auch mit Masterstudierenden zusammen bearbeiten und für die Sie eine Lösung erarbeiten, die Sie dann in den Unternehmen vorstellen. Wir haben tatsächlich ja zwei Vertiefungsrichtungen und wenn Sie nicht in der vollen Breite den Studiengang ausnutzen wollen, sondern tatsächlich sich schon verstärkt auf entweder Materialfluss und Logistik oder den Verkehrsbereich spezialisieren wollen, können Sie Ihre Wahlpflichtfächer gezielt aus diesem Bereich wählen und die nächsten beiden Folien zeigen zwei Musterstudienpläne, wie das Ganze aussehen könnte. Also auf dieser Folie ist im ersten und zweiten Semester alles identisch und im dritten und vierten ist hier einmal eine Auswahl getroffen für die Vertiefung Materialfluss und Logistik, welche Fächer dort zum Beispiel genommen werden können und ebenso für das sechste Semester. Hier wäre Grundlagen der Simulation einfach, was zum Beispiel zu empfehlen ist. Für die Vertiefung Verkehr und Transport hätten wir hier Fächer, die eher in diesem Bereich sind, wie Verkehrstelematik, öffentlicher Personennahverkehr, Infrastrukturplanung und im sechsten Semester die Verkehrstechnik und Verkehrsteuerung sowie Verkehr und Umwelt. Neben unseren Praxisprojekten, hatte ich gesagt, gibt es auch die Exkursionen. Die können Sie immer im Sommersemester machen. Zweites und viertes Semester ist empfohlen. Insgesamt brauchen Sie vier Exkursionstage und hier sind einmal ein paar Fotos zu sehen von Exkursionen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Sie sehen, es gab auch Auslangsexkursionen bis nach Dubai, nach China und aber natürlich auch in Firmen in Deutschland, in der Region, um dort Eindrücke und Anregungen für das zukünftige Berufsleben zu gewinnen. Genauso sieht es dann bei den Abschlussarbeiten aus. Also in der Region sind hier einige Firmen ausgeführt, mit denen wir schon öfter Abschlussarbeiten und Praktika gemeinsam gemacht haben. Das ist zum Daimler-Konzern gehörig MDC in Kölleder, das Siemens-Generatorenwerk in Erfurt, N3 in Arnstadt, BMW an verschiedenen Standorten, Eisenach, Leipzig, Landshut, Daimler, Audi, natürlich die ganze Automobilbranche, aber auch Bosch, Eisenach, Rexroth, Witten, auch in China ist dort schon eine Abschlussarbeit gelaufen. In Seebach, Deckel, Maho, FTE, Automotive, Lightning, Gewe, Halfen oder eher im Handelsbereich Redcoon, KNV oder Zalando. Im Verkehrsbereich natürlich in den Verkehrsbetrieben, also bei der Deutschen Bahn AG, der EFAC in Erfurt, SWE in Weimar als Verkehrsbetrieb oder die Hochbahn Hamburg. An den Punkten sehen Sie, dass es dort viele weitere Möglichkeiten gibt und natürlich Produktionsfirmen sind jetzt nicht nur die Automobilbranche, auch wenn es Verkehrs- und Transportwesen gibt. Auch Firmen wie Zeiss haben eine innerbetriebliche Logistik und bieten sich für Abschlussarbeiten an. Die Professorinnen und Professoren der Fachrichtung sehen Sie hier einmal aufgeführt, auch um nochmal die Breite des Fachwissens hier darzustellen. Also das geht über Fahrzeugtechnik, Eisenbahnwesen, meine Professoren, Information und Kommunikation, Verkehrspolitik und Raumplanung, Schienenverkehr, Transportwirtschaft, Verkehrssystemgestaltung, intelligente Verkehrssysteme, Eisenbahnwesen, insbesondere Leit- und Sicherungstechnik, die Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und Mechatronik und Materialfluss. Darüber hinaus arbeiten wir mit Honorarprofessoren zusammen. Wir haben im Moment drei für geografische Informationssysteme, internationales Management und juristisch Verkehrs- und Transportrecht. Darüber hinaus werden die wirtschaftswissenschaftlichen Fächer in unserem Studiengang, das ist ja ein Wirtschaftsingenieurstudiengang, aus der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften mit bestückt. Das ist insbesondere Professur Wirtschafts- und Arbeitsrecht, die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Supply Chain Management, Volkswirtschaftslehre, Controlling, interne Unternehmensberatung, Finanzwirtschaft, betriebliche Steuerlehre und Finanzwirtschaft, die die entsprechenden Fächer durchführen. Ergänzend gibt es natürlich Labore, in denen Sie auch praktische Erfahrungen sammeln können. Ich habe hier mal, ach die Folie habe ich vergessen, Entschuldigung, natürlich haben wir auch noch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus unser Studentensekretariat. Sie sehen hier, wir haben Laboringenieur für Kraftfahrzeugtechnik, für das Labormaterialfluss. Wir haben für den IT-Bereich Laboringenieure, die uns und auch die Studierenden bei ihren Arbeiten unterstützen. So und jetzt kommt das Labor Fahrzeugtechnik mit einem einigen Fotos. Hier haben wir also einen Fahrzeugprüfstand, wo Fahrzeuge in Leistung und so weiter getestet werden können. Das ist in der Laborhalle der Fachhochschule Erfurt untergebracht. Als ein Beispiel Materialflusslabor gibt es darüber hinaus und das Verkehrstelematiklabor, die in der Lehre dann im Einsatz sind. Themen für die Zukunft in diesem Studiengang. Hier noch ein paar Aufnahmen von sehr schönen Fahrzeugen. Hier oben links sehen Sie das Innere unserer Laborhalle und hier draußen ein Elektrofahrzeug, das gerade an der Laborhalle vorbei fährt. Darüber hinaus finden in unserer Fachrichtung auch Forschungsprojekte statt, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Verkehrskonzepte. Hier die Problematik mit Autobahnraststellen und den Pausenzeiten von Lkw-Fahrern, manchmal auch ganz besondere, spezielle Verkehrssysteme oder auch Telematikthemen, Steuerungen von Ampelsystemen beziehungsweise zukünftigen Systemen im Bereich Verkehr 4.0. Denn der wird ja zukünftig heißen, dass Fahrzeuge Daten aussenden und Daten empfangen, also miteinander kommunizieren, aber auch mit der Verkehrsinfrastruktur wie Ampeln und so weiter kommunizieren. Alles sehr spannende Themen und ja, wenn Sie sich für so etwas interessieren, sind Sie auf jeden Fall in einem zukunftsträchtigen Gebiet unterwegs und auch das kann ich sagen, bisher haben unsere Studierenden alle gute Jobs gefunden hinterher. Wo finden Sie jetzt weitere Informationen? Zum einen gibt es die Studienordnung. Das ist das juristische Dokument, in dem festgelegt ist, welche Fächer Sie belegen müssen, also das, was ich Ihnen hier erzählt habe, wie die Prüfungsbedingungen sind, die Praktikumsordnung. Wenn Sie auf die Startseite der Fachhochschule Erfurt gehen, finden Sie dort unter Studierende das Downloadcenter, wo diese ganzen Ordnungen zu finden sind. Darüber hinaus brauchen Sie natürlich ganz praktische Informationen zum Studienstart, also unsere Informationen für die Erstis, die Erstsemester. Hier ist der Link zu sehen. Wichtig, wenn Sie auf die Seite der Fachrichtung Verkehrs- und Transportwesen gehen. Für Sie interessant sind alle Informationen, die sich unterhalb vom Studium, Beginn ab Wintersemester 2019, befinden. Wir haben nämlich im letzten Wintersemester eine neue Studium- und Prüfungsordnung bekommen. Hier finden Sie die Erstsemesterinfo. Dort werden wir alle aktuellen Informationen zum Semesterstart für Sie einstellen. Es sind noch nicht alle Termine bekannt zurzeit und unter Bachelor Verkehrs- und Transport, Verkehr, Transport, Logistik, finden Sie weitere Informationen zum Studiengang. Dann gibt es weitere Informationen unter ab in den Hörsaal.de. Das ist eine Seite, wo Sie auch ein Self-Assessment durchführen können, also ein bisschen gucken können, interessieren Sie die Themen. Wir haben dort ein paar kleinere Videos eingestellt zu unseren Laboren. Dort sehen Sie auch das Materialflusslabor. Dann eine weitere Seite für Studieninteressierte hier im Bachelor Verkehrs- und Transportwesen oder diese beiden Links können Sie auch verwenden. Dann kommen Sie auch wieder auf unsere Verkehrs- und Transportseite. Ja, hier noch ein paar Impressionen aus dem Hamburger Hafen, aus einer Verkehrsleitzentrale und vom Bahnhof in Erfurt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie im Herbst bei uns begrüßen können und Sie durch Ihr Studium begleiten können. Damit verabschiede ich mich bei dieser Präsentation und wünsche Ihnen Ihnen alles Gute!